Herzlich willkommen an der Kader-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Mein Name ist Jürgen Goller, ich bin Studiengangsleiter für den Studiengang Psychologie und in diesem Video will ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser Studium geben. Die Psychologie versteht sich als moderne Wissenschaft, als die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten. Das bedeutet, dass wir alles, was mit den Menschen zu tun haben, alles was Menschen tun, aber auch was wir wahrnehmen, denken und fühlen, Gegenstand der Psychologie ist. Das ist eine Mammutaufgabe, die in sämtliche Bereiche unseres alltäglichen Lebens hineingreift. Und so vielseitig unser Anspruch in der Wissenschaft ist, in der Psychologie, so vielseitig sind auch die Berufsmöglichkeiten und die Anwendungsmöglichkeiten psychologischen Wissens. Die Kernberufsbezeichnung oder der Kernaufgabe von Psychologinnen und Psychologen ist nach wie vor dieser klinische Bereich. Das bedeutet, wir versuchen, Störungsbilder, aber auch gesundheitsbezogene Aspekte des Menschen zu untersuchen, vorherzusagen und letztlich natürlich auch zu verändern. Aber die Psychologie ist weit mehr als nur unter Anführungszeichen der klinische Bereich. Wir versuchen zusehends auch auf diese Gesundheitsaspekte zu achten, also nicht nur auf Störungen zu reagieren, sondern auch präventiv Interventionen zu entwickeln und des Weiteren in völlig andere Bereiche auch vorzustoßen. So gibt es mittlerweile forensische Psychologie, es gibt die klassische Schulpsychologie. In größeren bis mittleren Unternehmen finden Sie regelmäßig Psychologinnen und Psychologen. In der Personalentwicklung, in anderen organisatorischen Bereichen, auch Marketing und dergleichen kommt kaum noch ohne Psychologie aus. Das bedeutet, dass die Berufsfelder, in denen Sie als Psychologinnen und Psychologe tätig sein können, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicher noch weiter sich auffächern werden und weiter wachsen werden. Wir bieten an der Karl-Landstern-Universität das komplette Psychologiestudium an. Also sowohl Bachelor, drei Jahre, als auch Master, zwei Jahre. Das bedeutet, wenn Sie das Studium abschließen, dann sind Sie Psychologin, Psychologe. Und damit ist das Studium vergleichbar mit allen anderen Studien der Psychologie international, sowohl privat als auch öffentlich. Aber wir zeichnen uns an der Karl-Landstern-Universität durch spezielle Schwerpunktsetzungen und durch eine spezielle Zugangsweise zu unseren Studierenden aus. Wir haben eine familiäre Atmosphäre, Sie durchlaufen das Studium in einer Kohorte von Kolleginnen, von Kommilitoninnen und Kommilitonen und Sie haben einen engen Bezug und eine enge Betreuung von den Lehrpersonen. Neben dem großen Schwerpunkt der klinischen und Gesundheitspsychologie haben wir einen Schwerpunkt im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie. Ein Feld, das weiter im Wachsen begriffen ist, wo die Arbeit von Psychologinnen und Psychologen auch die nächsten Jahre immer wichtiger werden wird, sei es nun im Marketing- oder im Personalbereich, hier gibt es zusehends viele Angebote und das versuchen wir hier im Studium auch abzubilden mit einem eigenen Schwerpunkt. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, sich in spezifischeren Aspekten zu vertiefen, wie etwa die Sportpsychologie oder jüngst auch die forensische Psychologie. Sie erwerben bei uns im Studium sowohl wissenschaftliche Kompetenzen als auch Handlungskompetenzen dann für den späteren Beruf als Psychologin oder Psychologe. Im Bachelorstudium, das drei Jahre dauert, schließen Sie als Bachelor of Science ab, das Masterstudium, das zwei Jahre dauert, schließen Sie als Master of Science ab. Danach haben Sie als fertig ausgebildete Psychologin oder Psychologe die Möglichkeit, direkt ins Berufsleben einzusteigen oder sich weiter für die klinische oder Gesundheitspsychologie weiter fortzubilden oder auch in den psychotherapeutischen Bereich weiter einzusteigen und dort die Ausbildung zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten zu machen. Eine weitere Besonderheit des Psychologiestudiums in Krems ist eindeutig der Standort. Unser Gebäude ist eingebunden in einen wachsenden Universitätscampus hier in einer der schönsten Landschaften in Krems in der Wachau in Österreich. Und Krems ist auch von Wien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Wenn Sie Interesse haben, in Krems Psychologie zu studieren, dann bewerben Sie sich jetzt unter kl.ac.at. Wir haben keinen klassischen Aufnahmetest. Unser Auswahlverfahren besteht aus den Bewerbungsunterlagen und einem Aufnahmeinterview. So wie man das eigentlich auch aus anderen Bereichen kennt. Das bedeutet, Sie werden ein Interview mit mir und einer Kollegin führen. Dieses Interview dient dem gegenseitigen Kennenlernen und in diesem Interview haben Sie auch die Möglichkeit, dann Fragen an uns über das Studium zu richten. Wenn Sie Interesse haben, bewerben Sie sich jetzt. Vielen Dank.